Also wir sind hier gerade auf der Suche nach den Jungs. Wir haben nämlich so ein bisschen verloren. Wir wollten gerade zu einem Basketballplatz gehen, deswegen habe ich auch den Basketball. Aber das Problem war, das war leider alles komplett voll da. Es ist Sonntag, das Wetter ist super und wir müssen einfach mal gucken. Die wollten jetzt ans Wasser gehen, können wir gucken, ob wir die irgendwo finden. Aber irgendwie sieht das hier noch nicht so nach Wasser aus, finde ich zumindest. Hey guck mal, da haben wir sie doch direkt gespottet. Ist wohl nichts geworden mit dem Wasser. So eine Scheiße. Habt ihr Wasser gefunden oder wo wart ihr? War nicht gut? Nee, wir gehen zurück. Wir gehen zurück. Okay, wir laufen auch zurück. Zum Hotel oder was? Ja. Also ihr habt es gesehen. Wir gehen doch nicht zum Wasser. So schnell kann sich das ändern. Wir gehen jetzt wieder zurück zum Hotel. Jonas und ich müssen laufen, weil wir nicht mit der Kamera auf den E-Scooter können. Das hätte ich nicht sagen dürfen, wird rausgebliebt. Es ist jetzt ein kleiner Weg. Mal gucken. Wir wurden gerade richtig gescamt. Die haben gesagt, die holen uns jetzt ab. Also Tapsen hat gesagt, der holt uns ab. Hat uns aber nicht abgeholt, sondern hat nur den Ball abgeholt. Ich habe den Ball nicht mehr. Und jetzt müssen wir, die Idioten, zum nächsten Basketballplatz laufen. Und die fahren schön mit Rollern. Ich dachte, die holen uns. Naja, was will man machen? Ich bin ja immer noch nicht drüber hinweg, dass die uns gerade einfach nicht stehen gelassen haben. Aber wir sind ja auch nur das Social-Media-Team. Jonas, wollen wir einfach Roller fahren? Da sind noch welche. Wollen wir das einfach machen? Ja, komm, lass machen. Wir fahren jetzt Roller. Jonas, bringt mal. So Leute, wir haben es jetzt auch geschafft. Wir sind jetzt mit den Rollern gefahren. Das war eine ganz schön heikle Angelegenheit. Aber wir haben es geschafft. Das ist das Wichtigste. Und hier wird jetzt ein bisschen Basketball gespielt. Wir zeigen euch noch ein bisschen Content, wie wir hier ein bisschen Basketball spielen. Und dann war es das erste Mal von uns. Ich liebe Basketball. Wirklich. Boah, das war genug Sport für heute, Leute. Das Meer ist nicht drin. Guckt mal, wie meine Haare hier schon hängen. So Leute, das war's für heute. Ich bin mega kaputt. Habt ihr ja gesehen. Sportliche Betätigung ist wichtig. Und wir hören uns. Ich melde mich.